Kapitel 5 der Marsch der Geisel Früh am nächsten Morgen nähern sich Arthas und Schäner der Ortschaft Hertweiler. Havklen Das gute alte Havklen Marnhold Kiel, bist du schon fast? Und Stratholme, Stratholme Herdweiler, endlich. Ich könnte eine Ruhepause vertragen. Offenbar rüsten sie sich für eine Schlacht. Prinz Arthas, in der Nacht ist eine riesige Armee und toter Krieger aufgetaucht und hat wahllos Läufer angegriffen. Jetzt ist sie auf dem Weg hierher. Oh oh. Verdammt. Jaina, ich bleibe hier und beschütze das Dorf. Ihr beeilt euch und berichtet Lord Uta von der Situation. Aber... Geht, Jaina. Jede Sekunde zählt. Tschüss. Teleportiert sich einfach. Alles klar. Wartet. Was war in diesen Kisten? Getreide? Nur eine Lieferung Getreide aus Andorhal. Keine Sorge, mein Lord. Es wurde bereits an die Dorfbewohner verteilt. Oh oh. Oh nein. Die Seuche sollte mein Volk nicht einfach töten. Sie sollte es in Untote verwandeln. Verteidigt euch! No, Leute. No. Jaina hat ihre Gegenstände hier gelassen. Die Gerechtigkeit wird sieben. Ups, der Fude. Verteidigt Harteweil überlebt 30 Minuten lang. Besteht Gefahr? But I guess it's pretty hard to learn a new English. Äh, a new language. It's hard to play and to, äh, to, ähm, talk. Schütze ist plus zwei. Dings haben wir hier gerade noch genug. What's up if all the story walked off the light? Ähm. We are the, ähm, The Prince of Of Lordaeron. Prince Arthas. And, ähm, My father Got the news that, ähm, A plague is, ähm, Die Gerechtigkeit wird sieben. Is, ähm, Is, ähm, At, ähm, In the north. A plague that, ähm, That kills the people. But it seems like, ähm, It isn't killing the people. It's, ähm, Turning them to undeath. Like you saw it right now. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Was könnte man noch machen? Hammer. Was, hier, Wir haben hier genug die, Die Holz holen. Von der anderen Seite, Da können natürlich auch noch, Auch noch Leute kommen. Ich bin hier um zu helfen. Einsatzbereit. Bereits, ähm, And there's a prophet Who is talking, äh, From the new Darkness. Something like a new darkness. Which is, äh, Coming upon us. Werkstatt. Werkstatt. I didn't, I didn't had stories like that During the actual game. Okay. What do you mean? Okay, von der anderen Seite. Attacke, Leute. Wir sind die Auserwählten des Lichts. Wir werden nicht fallen. Wir sind die Auserwählten des Lichts, Leute. Und unser Turm fällt gleich. Wir sind die Auserwählten des Lichts. Wir sind die Auserwählten des Lichts. Ich weiß nicht ob wir, Ich glaube wir bleiben 100, 150 einfach mal. Für Sicherheit. Das können wir doch bestimmt verteidigen. Warcraft 2 was like, Here is the backstory, Now fight. Sag das Zauberwort. Die Gerechtigkeit wird sieben. Was ist? Okay, well, Maybe they got, ähm, Got better in Storytelling. ich gehe doch mal fragt von der anderen seite leute einfach hier die boys ab und gucken dass wir unter ich bin hier um zu helfen dass wir unter 50 bleiben vor eine weile zumindest das lehrt mercer trupps leuchtfeuer womit sie einen bereich der karte sichtbar machen können kann unsichtbare einheiten aufdeckt ziemlich cool besteht gefahr was ficht euch an okay was ficht euch an ich glaube wir machen noch mal eine zweite kaste war weh direkt okay dann machen wir das hier auf fünf warum brauchen wir das machen wir das so das hier auf ne das hier auf sechs ah this came much later than i thought warcraft 2 is from 1995 and this is from 2002 2002 a reign of chaos or frozen throne because there's this expansion frozen throne which uh did this the the thing a bit better i guess das hier ja so das licht ist meine stärke ah stimmt rüstung treffer punkte von menschen gebäude das gilt ja auch für die hier die attacke leute net hinten schlafen helfen das licht ist meine stärke genau so wie du aber das ist geil hier einfach gegen heilt das ist wieder easy hold bitte das ist wieder easy hold ich bin hier um zu helfen natürlich ich stehe für das licht für die hier wieder rüber was braucht ihr aber genau jetzt heißt es warten würde ich sagen die ganzen schlafmützen hier können wir können das eigentlich können hier eigentlich noch ein paar neue paar gebäude machen ein paar gebäude aufziehen zack zack die anderen wir warten hier und dann wenn wir ein bisschen gold gesammelt haben wird man also geht man richtig gas jetzt haben wir alles alle upgrades das hier fehlt noch dann haben wir alle upgrades oh krass und können wir auch what no ich bin hier um zu helfen von unten what oh 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 alter natürlich für meinen vater den könig die assozialischen fersel ich stehe für das haben wir direkt auf die direkt auf die ich bin hier um zu helfen man nicht zu wenig auf jeden fall das licht ist meine stadt scheiße das hat er überhaupt nicht gesehen natürlich das heißt wir müssen da auch wieder aufbauen aber wir können die upgraden habe ich jetzt gerade gesehen wir können die upgraden zu wachtturm oh das hier ist das sogar upgradet ups primäres verteidigungsgebäude kann magischen schutz lernen kannonturm oh das ist glaube ich geil kannonturm klingt gut kannonturm klingt gut alle arsch das krieg schon mal den arsch den arsch das wo ist denn der tippe ist na gut das werde ich bauen wo ist der andere hier ah der ist hier wieder mitgelaufen der ist hier wieder mitgelaufen mehr arbeit mehr arbeit richtig richtig was sind die äußeren dörfer sind wir das? ich bin hier um zu helfen ich glaube wir müssen upgrade hier ich glaube wir müssen upgrade hier leute keine kosten oh zauberin eine vielseitige magie benutzerin beherrscht verlangsamung wodurch die bewegungs- und angriffsgeschwindigkeit gegnerischen einheiten verringern verringert wird kann unsichtbarkeit und verwandlung lernen und priester das speil ist glaube ich relativ gut der arbeiter ist ein anti rafael weil er arbeitet oder was oder warum ist er schon anti rafael das licht ist meine stärke wie der arter ist der ihn wieder rumkündigt für die ehre ich muss mir jetzt einen trupp von oha für euch gibt es keine rettung mehr um dieses land zu läutern ja mein freund ich bin hier um zu helfen oha ja besteht gefahr natürlich no 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 ich bin hier um zu helfen ein solider plan ich muss mit einem elite trupp muss ich losziehen und die die getreide karawane killen was ist ein anti rafael ja schon und wegen den sprüchen the opposite of rafael the painter it's about a friend who is in need ähm jetzt carlaris oha carlaris ist rafael befehle ok leute ok leute wir müssen mit einer kleinen elite truppe müssen wir hier gehen wir kämpfen errichtet mehr höfe errichtet mehr höfe scheiße jetzt gehen uns doch schon wieder die höfe aus 11 geladen und sich hat na gut ich kann hier nicht bauen ich kann nicht bauen ich kann nicht bauen ich kann nicht bauen mit dem müssen wir ich glaube genau no 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 ich bin hier um zu helfen das kann jetzt ziemlich in die große gehen leute das kann jetzt ziemlich in die große gehen natürlich was braucht ihr den pfunds ist hier das zu verteidigen da kommt ein angriff ja wahrscheinlich ist das Ding wobei das sind nicht so viele eh das sind nicht so viele das kann man glaube ich verteidigen was riecht euch an was riecht euch an was riecht euch an Leute was riecht euch an ja aber von euch für die Ehre alter krasser wie wir können ne ja dann ich stehe für das Licht nein das wollen wir nicht das wollen wir nicht ein solider Plan unsere Streitkräfte werden angegriffen das Licht ist meine Stärke gewiss Prenz Arthas die Karawane hat das zweite Dorf verseucht no no die armen Dorfbewohner wir sind zu langsam Leute habt ihr ein Ziel für mich wir sind zu langsam um was ja besteht Gefahr aber ein drittes Dorf wird es nicht geben 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 ich bin euer Schütze das Licht ist meine Stärke was braucht ihr da kommt sie die Schweine da kommt sie das Licht ist meine Stärke elender Kerl schneller meine Brüder wenn wir die Lieferung verlieren lässt uns der Meister köpfen so nämlich haben wir die Nova ready wir haben die Nova ready Leute aber wir haben immer genug Mana doch mit dem Dings haben wir genug Mana jetzt gibt es vielleicht die krassen Nova Nova yeah einfach die Leute wieder auferstehen richtig richtig OK ob man so über 100 kommen kann wahrscheinlich nicht das ist esму über 100 Essen geh Aber das wäre schwachsinnig. Prolle des Stadtportals. Aber wie viel können wir zurück? Mit Stärke und Intelligenz. Das hält nur um 4. Und alle verfügbar. Keine Ahnung, man. Sind jetzt alle verpiftet oder was? Ist das so ein Gesundheitsplan? Alter. Auch noch voll. Ich will die Auge erheilt werden vom Fund der Gesundheit, ey. Alter, bleib mal hier, Junge. Das Licht ist meine Stärke. Ich weiß nicht. Kennen wir es halblich klar. Easy Hold. Easy Hold. Großer Heiltrank schrückt in der Überschrift. Das Inventar ist voll. Alter. Das Inventar ist voll. Natürlich. Gewiss. Ja, durch Stärke des Helden um 3. Ja, das ist halt schon gut, gell. Für die Ehre. Bringt das was hier unten lang noch zu gehen? Gewiss. Ein solider Plan. Da geht's wieder ab. Hallo. Das Licht ist meine Stärke. Aber wir müssen immer so lange aushalten, Leute. Natürlich. Dann kommt die Kavallerie zurück. Dann kommt die Kavallerie zurück. Zeigt uns ein Ziel. Besteht Gefahr? Gewiss. Hier ist noch eine... Nee, das ist einfach nur... Für die Ehre. Was baut ihr? Ich glaube, hier machen wir mal ein neues Sägewerk hin, das wir nicht so weit laufen müssen. Ich bin euer Schütze. Ich stehe für das Licht. Hier ist auch wieder so ein, äh... Gewiss. Untoten Dings. Natürlich. Für die Ehre. Ich würde die gerne angreifen. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Jetzt gibt's die Feuer. Nein, das ist stark. Das ist gut für uns. Feuer! Das Licht ist meine Stärke. Das Inventar ist voll. Gewiss. Ich kann das ganze Zeug nicht aufnehmen. Weck das ganze Inventar. Gewiss. Habt ihr ein Ziel für mich? Ich weiß, nun brech ich da durch. Probier ich's. Probier ich's. Ich bin übelig schon. Scheiß drauf. Ich bin euer Schütze. Die Gerechtigkeit wird sie. Okay, 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 okay. Ich stehe für das Licht. Doll what, warum ich jetzt dort bewohnen am Start? Ja. Sag das Zauberbaum. Tschüss. Dann helf mal bitte. Das Licht ist meine Stärke. Was braucht ihr? Ja, mein Lieg selbst. Ich geb's zu, das war vielleicht noch zu schlau. Ich bin hier, um zu helfen. Ich geb's zu, das war vielleicht nicht so schlau. Das Licht ist meine Stärke. Und da rum geht's auch nur ab. Ja, die haben das. Oh, oh. Nicht wieder reinlaufen. Besteht Gefahr? Natürlich. Ja, mein Lieg selbst. Ich hab keinen Mana für den. Ich bin hier in Nova. Scheiße. Ich spiele für das Licht. Kommt alle zusammen, Leute. Kommt alle zusammen. Wieso geht das nicht? Ach so. Kommt mit. Puh. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ich geb zu, das war nicht so gut. Ich geb zu, das war nicht so gut. Die maximale Mana, Mana Regeneration. Sehr. Aber nur von Zauberinnen, gell? Es ist mehr Gold erforderlich. Es besteht Gefahr. Scheiße. Los. Einsatzbereit. Das war nichts, Leute. Das war nichts. Ich glaub so ein paar Priester sind schon gut. Das ist halt echt. Man muss echt überlegen, wann man da eine Stufe hoch geht und wann nicht. Geladen und entsichert. Ich bin euer Schütze. Sag das Zauberwort. Sag das Zauberwort. Oh, da fällt weh, weil das steht leider auch noch. Braucht ihr Hilfe, Mensch? Das kann die voll langsam umstimmen. Das Licht ist meine Schmerz. Der kriegt die glatt gemacht. Der kriegt die glatt gemacht, sozusagen. Der erfüllt auch keinen Schmerz, ey. Na gut. Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Die Gerechtigkeit wird siegen. Natürlich. Ich muss die Priester das heilen lassen. ein solider plan ist jemand verletzt das genau inneres feuer muss man die selbstständig die muss man echt selbstständig machen noch zehn minuten bis utas ankommt aber ja das ist auf jeden fall schneller ich komme um dieses land zu lassen wir halten dass wir halten das freunde wir halten dass es ist mehr gold erforderlich also warum geht er dahin was fliegt euch an das licht ist meine stärke das sieht auch langsam wieder gut aus befehle jawohl mein lottagen leute das ist meine stärke gucken dass wir hier niemand verlieren zurück zurück leute kein verloren keinen verloren so muss es sein ich bin euer schätzt schon krass hier steht wenn man über über 80 hat dann kriegt man halt einfach nur die hälfte vom einkommen nö nicht mal wort hier 40 prozent kriegt man sogar noch weniger sie für mich was fliegt euch an das ist halt schon krass braucht ihr dass die gerechtlichkeit wird sie gehen wir kämpfen was braucht ihr der holztyp muss holz fällen ich will endlich ist meine stärke dass sie alle noch steuerleister sind möchte ich ich bin hier um zu helfen ich stehe für das licht kein verloren egal das haben wir das haben wir so locker haben wir das so locker ja mein freund ja mein freund für die ehre die gerechtigkeit wird siegen alles so wenig mana die haben alles so viel zu tun ich stehe für das licht ich würde gerne auch mal angreifen aber ich weiß dass es richtig dumm ist deswegen lasse ich es jetzt auch mal deswegen lasse ich es jetzt auch mal besteht gefahr ich bin euer schütze ist meine hilfe von den ganzen boys hier ich bin euer diener um dieses land zu läutern ich sind halt die haben halt alle kein mana ich bin hier um zu helfen ich stehe für das licht ist meine hilfe von den gerechtigkeit voll das ist das geft das ist das geft alter ja das ist klar dass wir da nie natürlich die ruhe haben wenn hier alles in giftes sind ich bin hier um zu helfen hoho das so weit vorne im film zu stehen ist echt nicht so gut ja mein lebenshelft schon unterwegs das licht ist meine stärke ja mein lebenshelft ich komme um dieses land zu läutern ich bin hier um zu helfen ja mein schaden macht das licht ist meine stärke wie viel schaden macht die trage fünf minuten noch leute dann hammers was braucht ihr ja mein freund was braucht ihr das licht ist meine stärke warum labern die die ganze zeit weil ich sie immer anwählen und rumlaufen lasse wenn ich jetzt nix mache labern sie auch nicht das licht ist meine stärke nämlich es ist mehr gold erforderlich es ist mehr gold erforderlich nehmen die eigentlich guck mal die nehmen immer vier raus äh immer zehn raus und bringen nur vier heim das heißt die goldmine wird ganz normal abgeerntet boah das ist halt krass gilt das eigentlich auch für die für die holzfäller 15 was bringt die normal unsere goldmine gibt nicht mehr viel her die gerechtigkeit wird sie was braucht ihr das licht ist meine stärke die gerechtigkeit wird sie was braucht ihr schon unterwegs natürlich wir können bald immer alle retten ich bin jetzt schon immer alle retten ich stehe für das licht ich bin hier um zu helfen die gerechtigkeit wird sie für die ehre habt ihr ein ziel für mich ich bin hier um zu helfen ich stehe für das schlecht ja das haben wir doch das haben wir doch auch wenn wir jetzt wieder ein bisserl was verloren haben goldmine gibt nicht mehr viel her wir kriegen die denn sonst genau wir wollen gucken gold das ist nur die goldrade ey die holzrade ist ganz normal ich bin hier um zu helfen ja mein freund interessant interessant gibt es eigentlich noch eine quest no ich bräuchte mal wieder so einen mana trank 2 wenig mana mal gucken ob wir in dem anderen in der anderen mission am schluss noch mal so richtig krass viele kommen das ist nur von zauberinnen das nervt mich das nervt mich Besteht Gefahr? Eiser Eiser Das Licht ist meine Stärke Was braucht ihr? Besteht Gefahr? Ich bin hier um zu helfen Ich bin hier um zu helfen Ich bin hier um zu helfen Das Licht ist meine Stärke Ich komme um dieses Land zu leutern Ich weiß ich habe nicht mehr genug mana um zu heilen Ich bin hier um zu helfen Nooo Nicht der Typ Nicht der boy Ich hab schon alles kassiert das schon richtig Äh Natürlich Aber ist das so krass Ich glaube ich muss die Mörser gleich die Fernkämpfer von denen angreifen lassen Weil die halten nämlich schon viel aus Besteht Gefahr? Was braucht ihr? Kaum mehr Kaum mehr Normale Tudes Ich komme um Gold erforderlich Die Gerechtigkeit wird siegen Ja halt man Arthas genau Der darf nämlich nicht Darf der nicht sterben? Doch der darf sterben weil Ich habe ja hier alter der Könige Da wird er einfach wiedergelebt Der Arthas Unsere Goldmine ist eingestürzt Nooo Da oben ist noch eine Da oben wäre noch eine gewesen Aber ja Ich meine Die 2 Minuten schaffen wir auch so Lebt denn die Feldwebel noch? Wo ist die Feldwebel? Hier ist auch La lebt die Feldwebel noch Besteht Gefahr? Stufe 6 Allerlin Ich stehe für das Licht Das Licht ist meine Stärke Ich bin euer Schätzer 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 Habe ich's haben voll Da Attacke Leute Haben die irgendeine Fernkämpfer Wow no Jetzt kommst du von allen Seiten Oder was? Das ist halt Das ist halt genau das ey Geht hier mit hoch Geht hier mit hoch Geht hier mit hoch Das Licht ist meine Stärke Für die Erde Na die Priester Oh oh Das Licht ist meine Stärke Das Licht ist meine Stärke Für die Erde Alter okay Ich stehe für das Licht Ich stehe für das Licht Das Licht ist meine Stärke Das Licht ist meine Stärke Okay What the fuck Warte ich kann doch die anderen zu den Waffen rufen Zu den Waffen Ja Ich bin hier probably Alter was geht eigentlich ab ey Was ist die Mai Ich bin hier Alter was geht eigentlich ab ey Ende einfach unendlich schicken, ey. Zurück, Leute. Wir haben es geschafft. Der Uda kommt. Der gute Uda. Uda, Uda. Für Lorna. Für den König. Für den König. Was? Zu Tritt kommt ich, oder was? Uda, ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Freut euch nicht zu früh, Junge. Die Schlacht ist noch lange nicht vorüber. Ohne Witze zog einmal hier. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade noch rechtzeitig gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uda. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, dann... Lasst euch den Stolz nicht zu Kopf steigen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Malganis. Ruhig, Junge. So tapfer ihr seid. Ihr könnt es nicht allein mit jemandem aufnehmen, der über die Toten herrscht. Oh doch. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uta. Ich gehe. Mit oder ohne euch. Oh doch. Nice. Da haben wir es geschafft. Okay, sind wir jetzt schon in Stratholm? Bin ich mal gespannt. Und der Marsch der Geiste. Das kommt als nächstes. Vielen Dank.